Musik 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 und pasmo oder dbd spiel könnte wir brauchen jetzt tatsächlich erst mal ein paar minuten bis sie hier ankommen ich will gucken ob das irgendwas macht dass ich das ding da jetzt gebaut habe oder ob es jetzt wirklich so schlau sind anführungsstrichen kommen von dahinten aus dem hindersten eck die sollen über die straße kommen verdammt erscheinen geht auch ansonsten muss ich da hinten tatsächlich auch noch so eine mauer bauen ich mag das spiel ich mag es auch sehr gut aber der der spruch ne was schnell reinkommt kommt auch schnell wieder raus na alter der mörser hat mich über den haufen geschossen bist du denn des wahnsinns ich hab's geahnt ich hab's geahnt die kommen dann einfach da hinten rum scheiße das ist doof das ist ziemlich doof jetzt das ist nicht gut okay ich muss da hinten rum auch noch dann eine mauer ziehen die gehen jetzt einfach da hinten um um die ecke alles doch ja das ist scheiße ach so ein dreck ja die kommen da hinten rum Mist verdammter da gibt ja schon die Fadi auch auf der Seite ich will jetzt aber noch nicht runter weil wenn die Giants kommen dann muss ich erst wieder hier durch die ganze Dings rennen um die Fadi anzustellen das will ich jetzt aber auch nicht ich hab's ja gewusst das reicht aber nicht das reicht aber nicht Moment, die müssen ja machen jemanden neu Alter okay dann ist also in die Hose gegangen oh Gott ich hör was drehen ich krieg erst mal drei Bildschimmer gefühlt Alter der hat mich da reingezogen Mist Nein 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 Sie können nicht sterben Hilfe ich bin unten auch wenn ich es nicht wollte Also ich frag gerade ich frag jetzt nochmal für einen freund Wer kommt gerade selber oben? Ich Nicht dieser eine schwere Zombie der kann irgendwie so eine Art Haken schmeißen wo ein Seil dran ist und dann zieht er dich einfach runter das sind keine Glitches wie ich bis zuerst dachte das ist dieser eine Zombie der zieht dich einfach runter Ah das sagt gleich wie ich da unten gelanden bin Richtig, richtig Deswegen also entweder stellt man sich nicht da irgendwie an den Rand oder ich muss da auch ein Kackeländer installieren Hallo Hallo Ich hab jetzt gerade Ich wollte gerade auch nicht schießen Alter Jetzt hab ich dir fast eine Kugel dahin gekommen Sag es mir Das ist nicht gut Ach jetzt kommen sie doch hier nach vorne Das ist doch schon mal was Aber ich sehe noch immer keinen rein Das ist belastend Hallo Ich will hier hoch Ich will hier hoch Richtig Sag Bescheid wenn das an der linken Seite kommt ihr Ja ich stehe ja hier hinter dir quasi Ach am Geländer noch da haben sie gehört Ach am Geländer noch da haben sie gehört Ich glaube es sind die Kugel nicht zuerst Ich glaube es sind die Kugel nicht zuerst Das kommt aus Die machen so viel Verputt diese da hier Ich bleib' zu ruhig Das ist zu lame Ich hoffe nicht seit ab dem Kugel bis zuerst Das ist nicht zu groß Ich weiß ja warum Mit Zombie Oh jetzt kommt sich jede mal gefasst Das kommt die auch ein bisschen waschfrau durch Ja von deiner Seite kommt auch welche Ja Ja Jetzt schießen die da rum Ich weiß Ich kriege ja auch was Ah Das ärgert mich jetzt dass wir von da hinten rumkommen, diese Träcksecke. Oh mein Gott! Oh, oh fuck! Was denn? Ja, da kommt was Großes. Ja? Hallo! Ja, hallo! Nice. Finde ich gut. Hast du mir gesehen, ja? Ich sehe 310.0, ja. Dann los. Ich schieße auch 310.0. Oh, von hinten kommen sie auch. Die Großen. Ach nee, sie schiehst so rüber. Ah! So, 310.0 ist tot. Ich habe es gesehen. Aber was hast du denn auch mal, wenn du es aus der Nähe gesehen? Ja, schön. Wenn du 120.0 kommst, WM zu ihrer Interspiel. Das ist mein Spruch. Ja, aber ich werde es dir gleich sehen. Ich werde, glaube ich, dasselbe machen. Wie dann zählst du uns in Kauser. Oh, oh. Du schießt denn da hin? Okay, ich gehe runter. Na, was sagst du jetzt? Zieh nichts. Sehr zuvor kommt. Den Steffi? Ja, genau. Ja, genau. Ja, alles gut. Ich wollte dich dazwischen quatschen, deswegen kann Steffi geschehen. Haben die wenig Geheimnis, oder? Nein. Ich habe sie nur was wegen der Tod gefragt. Nein. Wo willst du hin? Du rennst dem Tod entgegen, aber okay. Oh, ich. Ich wollte mich zum Flammenwerfer stellen. Ich wollte näher bei der Wärme stehen. Soll ich jetzt noch einen Heizpilz installieren oder sowas? Ja, bitte. Ich zählte keinen Kamin, bitte. Ami. Juhu, hallo. Juhu. Juhu. Ich bin dann auch auf das Flammenwerfer. Äh. Okay. Ich bin dann auch auf das Flammenwerfer. Nein. Ach, ich bin nicht mehr. 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 Oh, du willst wieder da. Leyst du Sieげ? Annah! Mein Spiel legt hier gerade dich einen ab. Oh, sie fängt an durchzudrehen, Dom. Hör ich das richtig? Nach dem Test sieht man die Fenster. Sie fängt an durchzudrehen, sagst du. Hä? Geht sie? Porto! Dreh durch! Oh! Warum geht denn der Flammenwerfer da nicht? Aber der Kampf ist faktisch geschossen. Sorry. Bin es ja nicht anders, der von mir gewohnt. Oioioioioioioi. Okay. Bleibt's. Oh oh, ne, drin ist doch viel los. Wenn ich dich zu doll drücke, guck ich einfach quieken. Bitte? Ich hab gesagt, wenn ich dich zu doll drücke, guck ich dann einfach quieken. Wow. Hast du Schiss oder was? Und was ist das? Oh. 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 Hm? Er schreckt in der Weisung an diese Wasserwaffe, aber das macht doch Heerwitz, Alter! An den von ihm! Alter! Entschuldigung! Entschuldigung! So, du schaust ihn nicht. Ich hab so Angst, wie es woanders ist. Gibt's dann bitte ich davon ausgesprochen? Nö! Hallo! Grüß dich! Wohl! Äh, das ist schrecklich! Also, es kommen jetzt keine Zombies mehr nach. Ich müsste es nur noch die platt kriegen, die da sind. Hier kann ich ja runtergehen und die von unten platt machen. Mhm. 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 Ich bin nehm, hier kann ich noch nicht weg. Wohl. Ich kann noch mal in den Boden gehen. Hä? Äh, das war's, Alter! Oh, ja, 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 ja! Ich sprenne! Schon wieder! Ach! Und die teuerste Klamme für dieses Spiel! Total! Oh Gott! Ah! Er kommt ja von überall her! Ja! Uiuiui! Gott, halt! Ich muss ja nicht sterben! Ich will doch irgendwie sterben! Ich muss doch irgendwie an unsere Scheißwürfel kommen! Von dem müde und totgleich! Ja! You're dead! Ich bin ja totgereicht! Kann! Wieso kriegst du sowas? Das frag ich mich auch! Ich kann's! Haha! Nein! Ich lebe halt nicht eher nehm. Das ist so gut, der braucht es nicht. Mhm. Ich mach mal, was das Problem ist, wenn die ganzen Waffen wohnen. Zeit! Ich hab ja oben noch ne Waffenbox. Dann könnt ihr ja da raus holen. Ich weiß einfach, dass die da unten tot ist. Und wohl mir da meine Sachen! Nein! Außer nun ist er schon unten. Ich muss sogar wieder hinlaufen. Ja! Wir hätten jetzt zum Beispiel Rappen. Ey! Ich hab ja ne! Ja, okay. Ich hab ja noch zu viel Fremdsegel gemacht. Natürlich. Aber... Ich hab ja ein bisschen zu schmarte Feuer zu rennen. Ich hab ja da auch ein bisschen zu schmarte Feuer stehen zu bleiben. Ich hab ja immer nach als Grund für Fremdenwerfer dachten wieder. Ich guck mir grad die Grillparty hier unten an. Ich steh da einfach. Ich guck mir einfach mal das Büro da an. Oh, das Kacke, Mann. Weißt du was? Ich hol die Monotov-Cocktails. Oh je, ich steh irgendwas. Oh, ich mach das ernst. Jetzt sind wir voll die Böse, jetzt kommen die Monotov-Cocktails. Ich hab die Dinger nicht umsonst gemacht, also von daher. Das ist quasi wie die Klappe in der Mitte. Jetzt komm ich mit nöt. Und nöt hab ich sowieso immer dabei. Oh, nöt OP, mach vor dem's nein, nöt OP. Mimimi. Weißt doch, die eine komische Thür oder diese Schlaftablette. Ja, ja. Das ist ein toxischer Bild von Jigsaw mit nöt. Mhm. Und, und den Endgame-Tag. Uah, fuck auf. Das Ganze so gut ausgenommen wie nöt, ey. Das ist perfekt gebalanced. Ja. Ja. Das und äh, Barbecue und Chili kannst du auch, ist auch perfekt gebalanced. Hallo, geh ich auch mal drauf. Denk ich mir auch gerade. Ja, ich denk da, war gut, kann. Der Schimm ist, ah. Ja, Mann. So, legt ihr euch auch mal, damit das die Dior schon eingreifen kann. Boah, der Kerl steckt so viel ein. Ein Siegesicht, Herr Rutter. Ich sehe, er ist auf der Krasch von ganz hinten. Da hinten sind auch noch welche gestuckt. Leute, hallo, die Party ist hier. Mitkommen, auf, hopp! Ist er jetzt endlich mal tot? Einer ist rechter drin, tatsächlich. Und ich gebe Feuer und Klamm für dieses Spiel. Ach, wird ja immer Zeit hier. Wo ist mein Koffer? Da ist mein Koffer. Mal erst kurz meinen Koffer sammeln. Mal ganz kurz was essen, weil sonst würde ich es da hinten. Mit dem letzten Schuss hier. Ah, jetzt wird's ja besser. Ah, jetzt wird's ja besser. Irgendwo stuckt noch einer. Ah, bei mir tatsächlich nicht. Ich konnte drinnen mit mir die Säcke einsammeln, ohne darauf zu gehen. Oder weil irgendwo scheint noch einer zu sein, weil die Musik noch geht. Ich höre sie. Ach, das sagst du. Das Problem ist nur, ich habe keine Muni mehr. Ich habe jetzt einfach dem Baum gefällt, dass er da freikommt. Komm mit! Komm! Komm! Das ist ein Zombie und kein Hühnchen! Er krabbelt aber wie ein Hühnchen. Das ist einer von diesen Krabbel-Explosionsviechern. Ich mache den Kopf weg. Das geht so ein bisschen weg. Hammer ist jetzt endlich jemand. Oh, lebt's denn immer noch. Ich kann uns zeigen, dass sie so Kommis droht. Oder leben sie doch? Hm. Äh, nochmal, das gleiche. Ja. Hallo! Hi! Ah, da geht man auf den Zeiger. Ich meine, den da. Oh! Ja. Ich habe keine Muni mehr. Oh! Ich habe keine Muni mehr. Oh! Ich habe keine Muni mehr. Oh! 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 Jetzt ist es fertig. Meine Jute. Oh! 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 Okay, das heißt, ich muss hier hinten auch noch alles zu machen, das bringt nichts. Aber wo mache ich hier zu? Oh, dass es zu viel Material kostet. Äh, Buggy? Bitte, die ist fertig. Okay. Dann überlege ich mir jetzt nochmal, wo ich hier noch die nächste Mauer hochziehe, dass die mal bitte, bitte über die verfluchte Straße kommen. Aber hey! Leider. So oder so, dann bis zum nächsten Mal. So, dann bis zum nächsten Mal. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.